Sie stellen sich die Frage, wie Sie mit der richtigen Pflege dafür sorgen können, dass die Schuhe lange halten und gut aussehen. Das Material der Schuhe ist dabei das entscheidende Ausgangskriterium. Bereits bei dem jeweiligen Angebot im Internet führen wir im Detail die Materialzusammensetzungen auf. Der größte Unterschied dabei ist die Feststellung, ob es sich bei dem Obermaterial um eine Lederart oder um Synthetik handelt. Es gilt, je höherwertiger das Material und je intensiver die passende Pflege, umso haltbarer bleiben die Schuhe. Die passenden Pflegeprodukte finden Sie selbstverständlich in unserem Webshop. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.